Der dichte Nebel schwebte über dem Wildpark Lüneburger Heide wie ein mysteriöser Mantel und umhüllte die uralten Bäume und die Tiergehege in einer ätherischen Umarmung. Die Sonne konnte kaum den weißen Vorhang durchdringen und schuf an diesem deutschen Morgen eine fast traumhafte Szenerie. Tani Schneider, ein Mädchen mit leuchtenden Augen und zerzaustem Haar, atmete tief die feuchte, frische Luft ein. Ihre kleinen Finger strichen über die nassen Blätter, während sie vorsichtig den Steinweg entlang ging, jeder Schritt eine neue Entdeckung. »Papa, hörst du das?«, flüsterte Tani, ihre Stimme kaum hörbar in der Stille des Morgens. »Die Vögel singen heute eine andere Melodie.« Damann Schneider, ein großer Mann mit Falten im Gesicht, die Geschichten von unzähligen Tagen in der freien Natur erzählten, lächelte seine Tochter sanft an. »Ja, Liebling, Sie begrüßen den neuen Tag. Jeder Morgen ist hier im Park eine einzigartige Sinfonie.« Ein fernes Brüllen hallte durch den Nebel und ließ Tani vor Aufregung aufhüpfen. »Die Löwen, Papa, Sie wachen auf!« »Das stimmt, Tani. Denk daran, was wir über den Respekt vor Ihrem Raum besprochen haben,«, ermahnte Damann sanft. Sein Tonfall eine Mischung aus Zuneigung und Vorsicht. Tani nickte feierlich, ihre großen Augen spiegelten eine Weisheit wieder, die über ihre Jahre hinausging. »Ich weiß, Papa. Wir sind Gäste in ihrem Reich.« Während Vater und Tochter durch den Park gingen, begann sich der Nebel langsam zu lichten und enthüllte flüchtige Blicke auf die magische Welt um sie herum. Eine Gruppe von Rehen überquerte leise eine nahegelegene Lichtung, ihre anmutigen Silhouetten tauchten wie Geister im Nebel auf und verschwanden wieder. »Schau, Tani!«, flüsterte Damann und deutete auf eine imposante Gestalt, die aus den Schatten auftauchte. Es war ein majestätischer Elefant, sein Rüssel erhoben, als ob er den neuen Tag begrüßen wollte. Tani hielt den Atem an, ihre Augen weit vor Bewunderung. »Er ist so wunderschön!«, murmelte sie, ihre Stimme voller Emotionen. In diesem Moment, als ob er die Anwesenheit der kleinen Beobachterin spürte, drehte der Elefant seinen massiven Kopf in ihre Richtung. Seine Augen, klein, aber tief weise, trafen die von Tani. »Papa!«, flüsterte Tani. Ihre Stimme zitterte vor Aufregung und einem Hauch ehrfürchtiger Angst. »Er schaut mich an!«, Damann legte eine schützende Hand auf die Schulter seiner Tochter. »Ja, Liebling. Er weiß, dass du etwas Besonderes bist. Du hast eine Gabe, Tani. Eine Gabe, dich mit diesen erstaunlichen Wesen zu verbinden.« Der Elefant schwang seinen Rüssel sanft, als ob er winken würde, bevor er sich umdrehte und im immer noch anhaltenden Nebel verschwand. Tani blieb einen Moment lang stillstehen, absorbierte die Magie dieser Begegnung. Dann drehte sie sich mit einem strahlenden Lächeln zu ihrem Vater um. »Lass uns sehen, wer sonst noch wach ist, Papa. Vielleicht spielen die Affen oder die Giraffen frühstücken.« Mit einem sanften Lachen folgte Damann seiner begeisterten Tochter, ihre Schritte halten leise auf den nassen Steinen wieder. Der Nebel löste sich weiter auf und versprach einen Tag voller Wunder und Entdeckungen im verzauberten Reich des Wildparks Lüneburger Heide. Schließlich gewann die Sonne den Kampf gegen den Nebel und tauchte den Wildpark Lüneburger Heide in goldenes Licht. Damann Schneider, dessen Augen vor Stolz leuchteten, beobachtete, wie seine Tochter Tani mit einer Gruppe von Kapuzineräffchen interagierte. Das Mädchen mit ihrem honigfarbenen Haar, das im Wind tanzte, imitierte die Bewegungen der Primaten mit überraschender Präzision. »Schau mal, Papa!«, rief Tani, ihr Gesicht erstrahlte in einem strahlenden Lächeln. »Sie bringen mir bei, wie man Insekten in den Bäumen findet!« Damann lachte leise, erstaunt über die Leichtigkeit, mit der seine Tochter mit den Tieren kommunizierte. »Du bist wirklich etwas Besonderes, mein Kleines!«, murmelte er mehr zu sich selbst als zu Tani. Während Vater und Tochter durch den Park gingen, wurde die Einzigartigkeit von Tannis Kindheit immer deutlicher. Wo andere Kinder Spielplätze und Spielzeug hatten, hatte Tani simulierte Savannen- und Regenwaldhabitate. Ihre Lehrer waren nicht nur Menschen, sondern auch die prächtigen Kreaturen, die den Park bewohnten. »Papa, was denkst du, was die Giraffen denken, wenn sie uns von oben betrachten?«, fragte Tani, während ihr Blick auf die eleganten Geschöpfe gerichtet war, die von den höchsten Blättern fraßen. Damann kniete sich neben sie, sodass er auf Augenhöhe mit seiner Tochter war. »Nun, Liebling, vielleicht denken Sie, wie klein und komisch wir von hier unten aussehen,«, antwortete er mit einem spielerischen Lächeln. Tani lachte, der Klang ihrer Freude hallte wie eine verzauberte Melodie durch den Park. Doch der Moment der Leichtigkeit wurde durch das Näherkommen eiliger Schritte unterbrochen. »Herr Schneider! Herr Schneider!« Die besorgte Stimme gehörte Mark, einem der erfahrensten Tierpfleger im Park. Sein Gesicht war angespannt, seine Augen wanderten schnell zwischen Damann und Tani hin und her. »Was ist los, Mark?«, fragte Damann, stand auf und legte instinktiv eine schützende Hand auf Tannis Schulter. Mark zögerte, warf einen bedeutungsvollen Blick auf Tani, bevor er sprach. »Herr Schneider! Einige von uns sind... besorgt! Tannis Nähe zu den Tieren! Nun, sie ist nicht gerade... konventionell!« Damanns Lächeln verschwand, ersetzt durch einen ernsten Ausdruck. »Was meinst du, Mark?« »Es ist nur so...«, Mark stotterte, offensichtlich unwohl. »Sie verbringt so viel Zeit mit ihnen, besonders mit den großen Primaten. Das ist nicht... das ist nicht sicher.« Tani, die die Spannung in der Luft spürte, klammerte sich an die Hand ihres Vaters. »Papa? Was ist los?« Damann drückte sanft die Hand seiner Tochter, bevor er sich zu Mark umdrehte, seine Augen hart wie Stahl. »Mark, ich verstehe deine Bedenken. Aber Tani hat eine Gabe. Eine Verbindung zu diesen Tieren, die über unser Verständnis hinausgeht. Ich vertraue ihr, und ich vertraue den Tieren, die sie ihre Freunde nennt.« Mark schien argumentieren zu wollen, aber etwas in Damanns Ausdruck ließ ihn zurückweichen. Mit einem widerwilligen Nicken zog er sich zurück, warf jedoch besorgte Blicke über die Schulter. Damann wandte sich zu Tani, die ihn mit einer Mischung aus Verwirrung und Sorge ansah. Er kniete sich erneut nieder und hielt die kleinen Hände seiner Tochter in den Seinen. »Tani, mein Schatz, du verstehst, dass das, was du hier tust, etwas Besonderes ist, nicht wahr? Dass nicht jeder diese Verbindung zu den Tieren haben kann wie du?« Tani nickte langsam, ihre großen Augen ernst. »Ich weiß, Papa. Deshalb muss ich sie beschützen, nicht wahr? Weil sie mir vertrauen.« Damann fühlte, wie sein Herz von Liebe und Stolz erfüllt wurde. »Genau, mein Kleines. Und deshalb müssen wir unsere Arbeit fortsetzen, egal was andere sagen.« Während Vater und Tochter ihren Spaziergang durch den Park fortsetzten, löste sich die Anspannung des vorherigen Moments auf. Doch in der Luft lag ein neues Gefühl. Das Gefühl, dass Tannis einzigartige Welt voller Wunder und tiefer Verbindungen zur Natur eines Tages mit den Erwartungen und Ängsten der Außenwelt kollidieren könnte. Für den Moment jedoch setzte Tani ihre magische Reise fort, ohne sich der Herausforderungen bewusst zu sein, die die Zukunft bringen könnte. Die Nachmittagssonne warf lange Schatten über den Wildpark Lüneburger Heide, während Tani Schneider, mit ihren vor Neugierde leuchtenden Augen, sich vorsichtig dem Gorillagehege näherte. Ihr Herz schlug schnell, eine Mischung aus Aufregung und einem Hauch von Beklommenheit. »Papa!«, flüsterte sie. Ihre Stimme zitterte leicht. »Glaubst du, sie werden mich mögen?« Daman lächelte sanft und legte eine beruhigende Hand auf die Schulter seiner Tochter. »Erinnere dich, Liebes. Respekt und Geduld sind der Schlüssel. Lass sie zu dir kommen.« Mit einem entschlossenen Nicken trat Tani einen Schritt nach vorne, ihre Augen fest auf die imposanten Gestalten hinter dem Sicherheitszaun gerichtet. Da sah sie sie, zwei junge Gorillas, die in der Nähe des Gehegerands spielten. »Hallo!«, rief Tani leise, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Ich bin Tani!« Die Gorillas unterbrachen ihr Spiel und drehten sich um, um das kleine menschliche Mädchen zu beobachten. Der Größere der beiden mit neugierigen und intelligenten Augen machte einen zögerlichen Schritt auf Tani zu. »Das ist Jalta!«, erklärte Daman leise. »Und der Kleinere ist Bims. Sie sind fast in deinem Alter, in Gorilla-Jahren.« Tani lächelte und spürte eine sofortige Verbindung. »Hallo, Jalta!«, »Hallo, Bims!«, sagte sie und winkte schüchtern. Zu Tannis Überraschung und Freude antwortete Bims mit einem sanften Grunzen und klopfte spielerisch auf seine Brust. Jalta, obwohl vorsichtiger, beobachtete mit offensichtlicher Neugier. In den folgenden Tagen verbrachte Tani jede freie Minute in der Nähe des Gorilla-Geheges. Sie beobachtete, lernte und begann allmählich, die subtilen Kommunikationszeichen der Primaten zu verstehen. Eines Nachmittags, während Tani nahe dem Zaun saß und in ihr Notizbuch zeichnete, geschah etwas Außergewöhnliches. Bims kam näher, näher als je zuvor und streckte seine große Hand durch die Gitterstäbe. Die Zeit schien stillzustehen. Tani sah zu ihrem Vater hinüber, der die Szene mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Besorgnis beobachtete. »Alles in Ordnung, Liebes«, flüsterte Daman, seine Stimme angespannt. »Mach langsam.« Mit klopfendem Herzen streckte Tani ihre eigene Hand aus, klein und blass, im Vergleich zu der von Bims. Einen Moment lang verharrten sie so, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, zwei Welten kurz vor dem Kontakt. Dann, mit überraschender Sanftheit, berührte Bims Tani's Finger. Der Kontakt dauerte nur eine Sekunde, aber für Tani war es, als wäre eine elektrische Strömung zwischen ihnen geflossen. »Papa«, rief sie aus, ihre Stimme vor Emotionen überschlagen. »Hast du das gesehen?« Daman nickte, unfähig zu sprechen. Er wusste, dass er etwas Seltenes und Kostbares erlebte. Die Geburt einer Freundschaft, die Arten überbrückte. In den folgenden Tagen wuchs die Verbindung zwischen Tani und den Gorillas, besonders mit Bims, exponentiell. Sie lernte, ihre Gesten zu interpretieren, ihre Stimmungen zu verstehen und sich sogar durch einfache Gesichtsausdrücke und Körperbewegungen zu verständigen. Eines Nachmittags, während Tani durch den Zaun mit Bims sprach, kam Jalta näher und trug eine Frucht. Zu aller Überraschung bot er sie Tani durch die Gitterstäbe an. »Schaut euch das an«, murmelte einer der Pfleger erstaunt. »So etwas habe ich noch nie gesehen.« Tani nahm das Geschenk ehrfürchtig entgegen, ihre Augen glänzten vor Freude. »Danke, Jalta«, sagte sie leise und machte das Dankezeichen, das sie gelernt hatte. In diesem Moment, als er sah, wie seine Tochter so natürlich und mit gegenseitigem Respekt mit den Gorillas interagierte, fühlte Daman eine Mischung aus Stolz und Sorge. Er wusste, dass Tani zu etwas Außergewöhnlichem bestimmt war, aber er fürchtete auch die Herausforderungen, die dieses einzigartige Talent mit sich bringen könnte. Während die Sonne über dem Park unterging und ein goldenes Licht auf die Szene warf, blieb Tani bei ihren neuen Freunden, ihr Lachen vermischte sich mit den sanften Grundslauten der Gorillas. Es war der Beginn einer Reise, die nicht nur ihr Leben verändern würde, sondern möglicherweise auch die Art und Weise, wie Menschen und Tiere miteinander umgehen könnten. Der Morgen dämmerte mit neuer Energie im Wildpark Lüneburger Heide. Tani, ihre Augen leuchteten vor Entschlossenheit, näherte sich dem Gorillagehege, ihr Notizbuch fest an die Brust gedrückt. »Guten Morgen, Jalta! Guten Morgen, Bims!«, rief sie, ihre melodische Stimme halte in der frischen Morgenluft wieder. Die Gorillas antworteten mit sanften Grunzen und näherten sich dem Zaun. Tani lächelte und öffnete ihr Notizbuch. »Mal sehen, ob wir uns heute besser verstehen können«, murmelte sie, ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Primaten gerichtet. In den folgenden Wochen tauchte Tani tief in das Studium der Gorillasprache ein. Sie beobachtete aufmerksam jede Geste, jeden Gesichtsausdruck, jede Lautäußerung. Langsam, aber mit unerschütterlicher Entschlossenheit begann sie, die Kommunikationscodes der Gorillas zu entschlüsseln. »Papa! Papa!«, rief Tani eines Tages, lief auf Tani zu, voller spürbarer Aufregung. »Ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn Bims zweimal auf seine Brust klopft und dann auf den Baum zeigt, bittet er um Früchte.« Damann lächelte, stolz und erstaunt über die Fortschritte seiner Tochter. »Das ist unglaublich, Liebes. Du verbindest dich wirklich mit ihnen.« Mit jedem Tag wurde Tani mehr und mehr Teil der Routine der Gorillas. Sie beobachtete, wie sie nach Nahrung suchten, spielten, Konflikte lösten. Manchmal ahmte sie sogar ihr Verhalten nach, sehr zur Freude der Pfleger im Park. Dann, eines düsteren Nachmittags, verdunkelte sich der Himmel plötzlich. Donner hallte in der Ferne wieder und kündigte die Ankunft eines heftigen Sturms an. »Tani!«, rief Damann, seine Stimme fast vom heulenden Wind übertönt. »Wir müssen rein!« Doch Tani zögerte, ihre Augen fest auf das Gorillagehege gerichtet. Yalta und Bims wirkten unruhig, liefen unruhig hin und her. »Papa! Sie haben Angst!«, rief Tani, ihr Herz vor Sorge zusammengezogen. »Wir können sie nicht allein lassen!« Bevor Damann antworten konnte, erhellte ein Blitz den Himmel, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall. Instinktiv rannte Tani zum nächstgelegenen Unterschlupf, dem Gorillagehege. »Tani, nein!«, schrie Damann, doch seine Stimme wurde vom Sturm verschluckt. Im Gehege fand Tani Yalta und Bims zusammengeduckt in einer Ecke, eindeutig verängstigt. Ohne zu zögern näherte sie sich ihnen, ihre eigene Angst vergessen angesichts des Bedürfnisses, ihre Freunde zu trösten. »Alles ist gut!«, flüsterte sie, benutzte die Gesten, die sie gelernt hatte. »Ich bin bei euch!« Zu aller Erstaunen näherte sich Bims Tani, als suche er Trost. Yalta, obwohl noch vorsichtig, hörte auf, sich zu bewegen. Der Sturm tobte draußen, doch im Gehege spielte sich eine außergewöhnliche Szene ab. Ein menschliches Mädchen und zwei junge Gorillas, vereint durch geteilte Angst und gegenseitiges Vertrauen. Tani begann leise zu singen, ein Schlaflied, das ihr Vater ihr oft vorgesungen hatte. Nach und nach beruhigten sich die Gorillas, ihre Augen auf das kleine Menschenmädchen gerichtet, das zu ihrer Beschützerin geworden war. Als der Sturm schließlich nachließ, fand Daman seine Tochter friedlich schlafen zwischen Yalta und Bims, alle drei erschöpft, aber sicher. »Oh, Tani!«, flüsterte er, Tränen in den Augen. »Du bist wirklich außergewöhnlich.« In diesem Moment, als er die unzerbrechliche Bindung zwischen seiner Tochter und den Gorillas sah, verstand Daman, dass Tani nicht nur die Sprache der Tiere lernte, sie entdeckte eine tiefe und universelle Empathie, eine Verbindung, die Arten und Worte überbrückte. Der Sturm war vorüber, doch Tani's wahre Reise hatte gerade erst begonnen. Eine Reise, die sie dazu bringen würde, die Grenzen zwischen Mensch und Tier herauszufordern und die Bedeutung von Verständnis und Mitgefühl neu zu definieren. Die aufgehende Sonne malte den Himmel in rosa und orange Tönen, während sich Tani dem Gorillagehege näherte. Ihre Schritte waren leise, fast ehrfürchtig, als betrete sie ein heiliges Heiligtum. Yalta und Bims, die sie erblickten, kamen mit einer Vertrautheit zur Nähe des Zauns, die Tani's Herz vor Freude erstrahlen ließ. »Guten Morgen, meine Freunde!«, flüsterte Tani, ihre Stimme sanft wie eine Morgenbrise. Sie streckte ihre Hand aus und Bims berührte ohne Zögern ihre Finger durch die Gitterstäbe. Die Geste, einst überraschend, war nun für beide eine beruhigende Routine. Daman beobachtete aus der Ferne sein Gesicht eine Mischung aus Stolz und Sorge. Er sah, wie seine Tochter mit den Händen Zeichen machte und sich auf eine Weise mit den Gorillas verständigte, die fast magisch schien. Yalta antwortete mit einem sanften Grunzen und klopfte leicht auf seine Brust. »Papa!«, rief Tani, ihr Gesicht leuchtete vor Aufregung. »Yalta erzählt mir von einer neuen Frucht, die sie gestern gefunden haben. Kann ich hineingehen und es mir ansehen?« Daman zögerte einen Moment, doch das Vertrauen in den Augen seiner Tochter überzeugte ihn. Mit einem Nicken öffnete er das Sicherheitsgitter und ließ Tani ins Gehege. Was folgte, war eine Szene reiner Harmonie. Tani, Yalta und Bims bewegten sich durch den Raum, als wären sie eine Einheit, teilten Früchte, spielten und kommunizierten durch subtile Gesten und Laute. Die Barriere zwischen den Arten schien sich vollständig aufgelöst zu haben. Während er zusah, spürte Daman eine Hand auf seiner Schulter. Es war Dr. Elena Reiser, die leitende Primatologin des Parks. Daman, sagte sie, ihre Stimme eine Mischung aus Bewunderung und Sorge. Was Tani hier erreicht hat, ist außergewöhnlich. Aber wir müssen an die Zukunft denken. Daman fühlte, wie sich ein Knoten in seinem Hals bildete. Was meinst du, Elena? Yalta und Bims. Sie wachsen schnell. Bald müssen wir darüber nachdenken, sie in die Natur zurückzuführen. Es ist der natürliche Kreislauf, das endgültige Ziel unserer Erhaltungsbemühungen. Elenas Worte hingen wie eine dunkle Wolke in der Luft. Daman sah seine Tochter lachend und spielend mit den Gorillas und fühlte, wie sich sein Herz zusammenzog. Wie sagen wir es ihr, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu Elena. In diesem Moment, als hätte sie die Veränderung in der Luft gespürt, sah Tani auf. Ihre Augen trafen die ihres Vaters und für einen Moment erkannte sie den Schatten der Sorge in seinem Gesicht. Die Freude in ihrem Lächeln wankte einen Moment lang. »Papa?« rief sie, ihre Stimme voller plötzlicher Besorgnis. »Ist alles in Ordnung?« Daman zwang sich zu einem Lächeln, doch Tani konnte hindurchsehen. Sie näherte sich dem Zaun, Yalta und Bims folgten dicht, wie schützende Wächter. »Tani, Liebes«, begann Daman, seine Stimme zitterte. »Wir müssen über die Zukunft sprechen, über die Zukunft von Yalta und Bims.« Das darauf folgende Schweigen war schwer, beladen mit unausgesprochenen Emotionen und unvermeidlichen Realitäten. Tani blickte von ihrem Vater zu ihren Gorilla-Freunden und wieder zurück. In ihren Augen begann sich ein schmerzliches Verständnis zu bilden. Die Auflösung dieser Geschichte stand kurz bevor, mit Herausforderungen, die nicht nur die Bindung zwischen Tani und den Gorillas auf die Probe stellen würden, sondern auch ihr Verständnis der wahren Bedeutung von Liebe und Freiheit. Die Sonne ging am Horizont unter und färbte den Himmel in Orangetöne und Rosa, während Tani und ihr Vater, Daman, auf einer abgenutzten Holzbank saßen, die dem Gorilla-Gehege gegenüberstand. Die Stille zwischen ihnen war schwer, beladen mit unausgesprochenen Gefühlen. Daman atmete tief durch, sammelte den Mut für die Worte, von denen er wusste, dass sie das Herz seiner Tochter brechen würden. »Tani, mein Schatz«, begann er, seine Stimme sanft, aber fest. »Erinnerst du dich daran, was wir immer über den Zweck dieses Parks gesagt haben?« Tani nickte langsam, ihre Augen fest auf Yalta und Bims gerichtet, die unbekümmert nur wenige Meter entfernt spielten. »Um die Tiere zu schützen und…« »Und ihnen zu helfen, in die Natur zurückzukehren«, antwortete sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Genau«, bestätigte Daman und legte einen Arm um Tannis Schultern. »Und jetzt ist es Zeit für Yalta und Bims, den nächsten Schritt auf ihrer Reise zu machen.« Tannis Augen füllten sich mit Tränen, ihre Stimme zitterte, als sie sprach. »Aber Papa, sie sind meine Freunde. Wie kann ich sie gehen lassen?« Daman fühlte, wie sein eigenes Herz brach, als er den Schmerz seiner Tochter sah. »Oh, Tani«, flüsterte er und zog sie in eine feste Umarmung. »Ich weiß, dass es schwer ist, aber denke daran, was das Beste für sie ist. Sie verdienen es, frei zu leben, in ihrem natürlichen Lebensraum.« Tani schluchzte an der Brust ihres Vaters, ihre Tränen tränkten sein Hemd. Minutenlang blieben sie so, Vater und Tochter vereint in ihrer Liebe zu den Tieren und im Schmerz des bevorstehenden Abschieds. Schließlich zog sich Tani zurück, wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. Ihre Augen, obwohl noch feucht, leuchteten nun mit neuer Entschlossenheit. »Du hast recht, Papa«, sagte sie, ihre Stimme wurde stärker. »Sie verdienen es, frei zu sein, und ich, ich will helfen.« Daman sah seine Tochter mit Stolz und Bewunderung an. »Was hast du vor, mein Schatz?« »Ich möchte dabei sein«, antwortete Tani und straffte die Schultern. »Ich möchte helfen, sie auf das Leben in der Natur vorzubereiten, und ich möchte mich ordentlich von ihnen verabschieden.« In den folgenden Monaten arbeitete Tani unermüdlich an der Seite der Pfleger und Wissenschaftler des Parks. Sie half Yalta und Bims, die Fähigkeiten beizubringen, die sie in der Wildnis brauchen würden, immer eine Mischung aus Lernen, Spiel und Zuneigung. Der Tag des Abschieds kam schneller, als es jedem lieb war. Während die Sonne aufging und den Himmel in ein sanftes Rosa tauchte, stand Tani an der Seite des Transportkäfigs, ihre Augen fest auf ihre pelzigen Freunde gerichtet. »Denkt an alles, was ihr gelernt habt«, flüsterte sie, ihre Stimme voller Emotionen. »Und vergesst niemals, wie sehr ihr geliebt werdet.« Yalta und Bims, als ob sie die Schwere des Moments verstanden, näherten sich dem Gitter. Tani streckte die Hand aus und berührte sanft ihre Finger ein letztes Mal. Als der Hubschrauber abhob und Yalta und Bims in ihr neues Leben in der Natur brachte, stand Tani da und sah zu, während stille Tränen über ihre Wangen liefen. Doch in ihrem Herzen war nicht nur Trauer, sondern auch ein erneuertes Gefühl von Zweck. »Papa«, sagte sie und drehte sich mit entschlossenem Blick zu Daman um. »Ich weiß jetzt, was ich mit meinem Leben machen will. Ich möchte diese Arbeit fortsetzen. Ich möchte eine Brücke zwischen Menschen und Tieren sein und ihnen helfen, frei und geschützt zu leben.« Daman lächelte, seine Brust schwoll vor Stolz. »Und du wirst großartig darin sein, meine kleine Beschützerin«, antwortete er und umarmte sie liebevoll. Während die Sonne am Himmel höher stieg und den Park in goldenes Licht tauchte, sah Tani in die Ferne, ihr Herz voller Hoffnung und Entschlossenheit. Sie wusste, dass ihre Reise gerade erst begonnen hatte, doch sie war bereit, allen Herausforderungen zu begegnen, die auf sie zukommen würden, immer geführt von der Liebe und dem Respekt für die Tiere, die ihre ersten und wertvollsten Lehrer gewesen waren.